Ich muss doch zeigen den Gegner, ne? Setzt sich da hinten hin. Kann man sich da hinten setzen? Da. Jetzt hat's auch mehr Platz. Oh, ich muss doch zeigen den Gegner, ne? Das ist kacke, das Lied. Ich brauche ein vernünftiges Lied. Wie ist es? Weißt du? So, also... Otto? Oi. Also Jungs, wir sitzen im Auto, ne? Opa hat schon Licht angemacht. Das Lied gar nicht durch. Das Lied gar nicht durch. Not a Frid. Ja, aber das auch nicht. Man hört das Lied gar nicht mehr, wenn etwas hoch ist. Das ist in der Lotsprechung, ne? Nein. Kacca Candela. Sommer im Kiez. Das ist voll geil. Das ist Sommer. Ja. Jungs, wir sitzen im BMW, ne? Mit Diesel. Obwohl es ein Mercedes ist. Diesel. Und hier ist ein Mercedes drauf. Alter, das ist schon krass, Junge. Wieso, Mädels? Das ist Frank Weiss in seinem BMW. Irgendwo habe ich den noch für einen Bein, aber ich glaube, ich lebe auf. Ich brauche hier gerade ab. Das ist nicht scheißen, Adnan. Nein, Mann. Ich muss kurz hier, weil meine Flüge dabei ist. Ja. Day makes the day. Auf Wiedersehen. Geht es da noch durch, Mann? Ja. Noch mal? Ja, warte, dass es rausgeht. Die gehen die Tür auf? Vorne ist so ein Hebel. Was ist zu Ende? Tschüss! Hey, wir sitzen hier unser BMW. Zeig auf, geht das zu hoch? Man sieht den Ausruf aber nicht. Geh näher, warte. Geht das zu hoch? Geht das zu hoch? Geht das zu hoch? Ey, Alter, komm mal zu. Ey, Alter, guck dir mal die Quallen hier an. Shisha. Das ist so geil, der groß. Oh, das ist jetzt 22. Ich scheiße, warum? Ja, John, jetzt komm her. Ich hab dir das Auto an. Das Auto ist misshandelt, Mann. Aber hier schwindet ein bisschen viel, ne? Ne, aber hier vorne. Die Hebel. Was ist mit der Hand auf? Ich hab dich mit der Hand auf. Was sind die Hand auf? Was ist mit der Hand auf? Ey, ich hör das Lied. Ich auch. Aaaaaah. Mal auch nicht. Jetzt gehts wieder weiter, pass auf. Was weißt, Jan? Jetzt hat er keinen Passel im Endeffekt mehr. Doch, aber ich muss rausgenommen und das wurde trotzdem noch das Scheißding. Ah, Junge, 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 ich kann jetzt doch gleich zeigen, ich kann überhaupt nicht hören. Jetzt kein Bass mehr, ne? Jetzt ist kein Bass mehr drin, ne? Trotzdem klappert das noch. Ja, ein bisschen. So. Ich klappert wieder alles. Bisschen klappert noch. Ja, ist auch kein Bass mehr drin. Wo ist Kevin, man? Ich werd ja wohl gerade vom Kferd geschlagen. Ich werd ja wohl gerade nach Gassen kurz. Ja, ne? Rufen mal an. Ja? Rufen mal an. Nein. 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 Nein! Ja, Adnan. Kennst du die, ne?